Herzlich Willkommen ihr Kniften da draußen Huch, wo bin ich jetzt hingerutscht? Zu The Golf Club Ich nehme es jetzt mit OBS auf Was leider nicht geht ist, dass ich das hier in den Vollbildmodus packe Ich kann es leider nur so Aber dann nimmt es das hoffentlich auch mit der vollen Geschwindigkeit auf Ich gehe nochmal auf Abschlag, denn es soll ja auch noch weitere Plätze geben Hallo? Hä? Was ist denn jetzt los? Ich verstehe das nicht Wir werden es gleich sehen Irgendwie Nein, das ist doch schon der Kurs, den ich schon gespielt habe Einfach nur nochmal Eins zum Spaß abschlagen Oh, der war aber sehr schön gerade Sehr schön gerade Aber das möchte ich nicht Spiel verlassen Spiel verlassen Bestätigen Wo kann ich denn Andere Ähm Andere Dings auswählen Spielen Sie regelmäßig Eine Session ist ein Einzelspielmodus, der in mehreren Turnieren gespielt wird Erreichen Sie bei jedem Turnier eine gute Platzierung, um Siege zu erzielen Ah ja Ja, gewinnen Sie Preise Ja, 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 ja Treiben Sie Ihre Karriere voran Aha Ich möchte aber gerne Ich kann nur die Anfänger Session spielen Toll, geht das auch nur hier? Dann machen wir das einfach nochmal Spieler bearbeiten Uh Klar, ich muss Ich muss ja auch cool aussehen Ich bin der Typ im roten Hemd Alter Junge Sehe ich scheiße aus Den nehmen wir so Äh Spieler umbenennen Nee, nee, ich bin schon Mehr kann ich nicht machen Okay, spielen Aber leider gibt es anscheinend nur diesen einen Parcours Mich nervt es, dass ich das nicht Richtig hinkriege Nee, ist was anderes Charity Classic We're at Two Rivers Golf Club today Let's get down on that tee Start this event off on the right foot Let's have a good shot Vielleicht sollte ich mal meine Maus rausholen Ein bisschen ist das Bild auch verschoben nach rechts, aber Sollte jetzt nicht so wild sein So Also Ich sollte erstmal wirklich nur so standardmäßig was machen 145 Meter So, sollte ich nicht voll rausholen Deswegen habe ich langsam geschlagen Ich hoffe, das ist richtig gewesen Okay Ich wollte ja nicht ins Wasser Alright, and we are about 160 yards or so From the pin Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt so Obwohl ich habe mit Wind Nein, ich hätte den höheren Schläger wählen sollen Fuck Habe ich nicht getan Jetzt werde ich auch so bestraft Ja, das ist das zweite Testvideo Das erste Testvideo Hatte seine Fehler Weil ich da auch einfach nur den Desktop abgefilmt habe Das war nicht gut Das war auch nicht gut Also grafisch lässt sich das Spiel wirklich nicht lumpen Das ist schon ganz nett Bisschen rüber Aber weiter geht es gar nicht Okay, brauche ich schon Ja Aber schon ein Plus Geht schon gut los Ja, komm, brauche ich nicht sehen Ein bisschen da rüber So Das hat gescheppert Hör auf Fuck you Kann man so weit schlagen? Außenbunker Ich bin draußen Das ist das Wichtigste Ich könnte jetzt noch ein paar schaffen Aber Nein, weiter rechts rüber Und zu schwach Drin ist drin Verdammt Kann ich ja voll Voll reinlunzen hier Oh nein, fuck Ich bin abge Ey Das ist echt so minimal Ein Millimeter zu weit nach rechts Und schon passiert sowas Okay, you are in the rough And just so you know You are deep down In the rough Komm ich so weit? Nein, das sind nur Hölzer Alter, weiter nicht Es ist so bitter Oh 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 Langsam verstehe ich da Die Mechaniken 96 96 Der Punch Ich kann es mal probieren Fuck you Okay Okay Punch ist also wirklich so Gerade weg Zu stark Das habe ich echt nicht raus Ich kann das echt nicht Kinders 4 feet to the hole You can do this And in the hole Fuck Okay Eine schöne gerade Eine schöne gerade Bahn Schon wieder Nicht Nicht im Bunker Bleib liegen Bleib liegen So Jetzt ist er schon Auf 6 Meter Bladings eingestellt Es zieht ein bisschen Nach links rüber Aber mehr auch nicht Komm schon Nein Das ist Verfickt Ärgerlich Da hätte ich Echt viel Gut machen können So Also Wie kann ich das Jetzt kontrolliert Machen 133 Meter Ist das Ding Und ich mache Einfach mal Ganz schnell Okay Mal gucken 23. Platz War es eben Ob ich jetzt Ein bisschen was gut Gemacht habe Es war ja Paar Okay Okay So Das Guckt euch das an Bekackt Wow Was ist eine Bahn Ich spiel Ich spiel so Wie sie es mir Sagen Ehrlich jetzt Oh Oh Gut gemacht Gut gemacht Gut gemacht Schön Schon wieder Er geht immer leicht rechts rüber Okay Okay Und da ich das jetzt weiß Das mir das immer passiert Lenke ich jetzt immer mal ein bisschen weiter nach links Ja 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 Okay Let's get it over with here Do Alright Let's take a peek at what the competition is doing And that'll keep you at four over for this round Okay Here we go Finde ich aber gar nicht so schlecht Ich habe jetzt extra ein bisschen weiter nach links gelenkt Und trotzdem ist er noch ein Stück weit nach rechts abgedriftet Das ist echt zum Kotzen Okay Also Ich spiel jetzt extra ein bisschen nach links Weil ich weiß Dass ich nach rechts abspiele Also Ach komm Na Nice Ist nicht in the deep stuff So Aber der Wind spielt mir jetzt gerade ein bisschen zu Das heißt Perfekt 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 Rutsch dich hoch bitte 13 Sehr gut Okay also 229 bis nach da vorne Also rein theoretisch kann man Immer diese Schläger Benutzen die der Caddy am Anfang aussucht Und einfach so spielen Wie es Wie es der Am Anfang möchte Erst danach kommen diese feinen Nuancen So hier Der Wind spielt jetzt mit So das wäre aber zu wenig Der Wind spielt mit Also Na mal gucken So 133 Meter Schaffe ich Äh Ich gehe extra nochmal so ein Stück rüber Und Zack Seht ihr Leicht nach rechts Der Wind ist dabei Es könnte rüberschießen Oder Ah ne Eigentlich ist der super gerade geflogen Obwohl ich nach rechts abgezogen habe 10 footer hier I think this can go Yes 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 Da bin ich voll bei ihm Das war geil Zipter Platz For the tournament For the tournament Also Ich würde mir wünschen Dass andere Sportspiele So schnell Reagieren Wenn es darum geht Äh Also Das Spielgeschehen Zu kommentieren Zu stark Zu stark Zu stark Nicht Oh Penner Aber lieber so Oh ist relativ gerade Oh man Ein Stück rüber Oh Hä Ich hab Hab ich nicht voll ausgeholt Komm schon Scheiße Scheiße Kann man mal machen Also 13. Platz Ist jetzt kein Beinbruch Es ist trotzdem ärgerlich Das muss ich sagen Nächstes Turnier Drücken wir mal drauf Weil wir haben erst 14 Minuten Oh Hallo John Ist eigentlich auch pervers Ne Also sowas gibt es ja wirklich Mitten in der Wüste von Las Vegas So ein Golfplatz Find ich einfach pervers Nee war richtig Oh da oben Der Adler Steinkopf Adler Oh Fuck you Unlucky I take back That last comment Okay you're kinda in Some deep stuff This is the danger zone Doesn't look like It's on the fairway But it's alright Stop Stop Jetzt mach ich alles so Wie es mir das Spiel vorgibt Nein das war viel zu schwach Das ist aber die Richtung Okay let's see what you can do With this seven footer Slightly to moderately Disappointing there Okay let's head to the next hole Starting off at two over here Kack And second hole coming up Scheiß drauf Dann vorbei Einfach nicht nachdenken Einfach machen Nee da muss ich nachdenken Das geht nicht Hä Jetzt hab ich ganz Voll nach links verzogen Oh Arschkuh Bleib einfach liegen Penner Bleib einfach liegen Das Ding ist Wenn man selber schon mal so geputtet hat Also so Wie ich mir das jetzt gerade vorgestellt habe Ja die paar Zentimeter die es waren Dieser leichte Schwung Und genau so habe ich Und das hat funktioniert Das ist unglaublich Go under the tea Ich will mal jetzt so einen Punch probieren Äh wie funk Wie kann das jetzt gerade sein Ich bin auf der falschen Auf Kann ich hier mir Los volles Brikett Kann ich mir da kein Tee unterstellen Wie weit ist die Fahne Da bin ich Oh Zu weit Ne gut Drauf ist drauf Back on the fairway Now Good stuff I'd say around 105 yards Or so to the pin here Oh doch noch stärker Ah ich bin drauf Ah man Wow Okay also im Endeffekt geht es relativ gerade Hier es geht relativ gerade Nur am Anfang geht es ein bisschen nach links Also Spielen wir ein Stück rüber Oh ich habe mit mehr Mehr Gefälle gerechnet Ach Fuck you Oh Sportspiele Leute Sportspiele machen aggressiver Als jeder Ego Shooter Ich will nicht mehr Ich will nicht mehr Du Pissneck Halt dein Maul Ich hoffe dass der Wind mir hilft Auf die Entfernung Alter Das war zu schwach Danke Okay Let's see what you can do With this seven footer And a nice pot Ach Kinder Das macht mich fertig Warum ist das Spiel so gemein zu mir This is a beauty Deine Mutter Du Arschkuh Warum sagst du denn das ist Naja Habt ihr das gerade mitgerechnet Er nimmt Er nimmt seinen Kommentar zurück Wie geil ist das denn Das ist ja geil Er nimmt seinen Kommentar zurück Wie witzig ist das denn Da darf er so sein Very nice Der macht mich fertig Great work out there You just moved up Five spots on the leaderboard Five spots on the leaderboard So a nice drive out on this one Mhm Okay Ich hab gerade so Versucht so gerade wie möglich Das Ding hochzuschieben Trotzdem geht er nach links Also muss ich ein bisschen Äh nach rechts Also muss ich ein bisschen Nach links lenken Es geht gar nicht anders So pass auf Jetzt hab ich ein bisschen Nach links gemacht Bin schon mehr in der Mitte Liegen bleiben Liegen bleiben Danke Also hier geht's ein bisschen Nach links Dafür geht's da Ach scheißegal Einfach Wer ist drin noch Ich müsste schon zugeben Das ist schon Ein cooles Und ich finde auch Sehr forderndes Golfspiel Das ist Ist gut Ist anstrengend Aber gut Auf der Play C2 Da gab's damals Ein geiles Tiger Woods Fällt mir gerade ein Bevor er die ganzen Mädels Geknallt hat So jetzt gucken wir mal Also ein bisschen rüber So Wegen dem Wind Und Jetzt versuche ich auch Bisschen nach links zu schlagen Au Es hat sogar funktioniert Ich raste aus Oh da hätte ich sogar noch Weiter links rüber gekonnt Bleib jetzt liegen Danke Okay Zwei gehen rüber Drei gehen rüber So angry Macht mich das fertig So Okay Einfach erstmal Ausholen Und ein bisschen nach links Ja das ist schön gerade Nein Nein Zu weit Wie soll ich denn das besser kontrollieren Gerade beim Abschlag Ich habe Jetzt habe ich voll nach rechts gelenkt Danke dir Viel zu stark Viel zu stark Viel zu stark Liegen bleiben Okay Es ist nicht viel Es könnte so hinhauen Zu schwach Oder 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 Okay Lieber nochmal gucken Okay Immer ein bisschen nach rechts verzogen Gut Der Background Ist jetzt nicht so geil Sehe ich gerade Okay Ein bisschen Mit Wind Und Und nochmal ausholen No one Bitet Shit Habt ihr diesen Sprung gesehen All right But a three footer Here All right Let's take a look At those Standing Fuck man Okay So that's gonna keep you At eight over For the round And Hole number ten Coming up here Hole number ten Ah Zu stark Woher soll ich das wissen Ich sehe ja nicht Wo sind Ah Fuck Schon wieder Gegengekommen Muss ich mit dem Nächsten So krass Annähern Dass ich nur noch Einlochen muss 73 63 Okay Kämpfen Noch weiter links rüber Ich raste Okay This one To save Par Nein Buff Oh Okay Let's take a look At those Standings Es ist so schön Dass der Kommentator Dabei ist Schön wären noch Leute Ringsherum Nöp 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 Ah ne Der Wind macht das von alleine Das war ein sehr schöner Schlag Sag es Beauty It's a beauty It's a beauty 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 Sagt er nicht It's a beauty So Dann kann ich ja nochmal So ein bisschen rüber Ein bisschen so Ein bisschen so Und Volles Bricke Trotzdem immer wieder Leicht nach rechts Au Liegen bleiben du Das macht das Spiel doch mit Absicht Ich wäre noch nicht mal rangekommen Das war gerade voll ausgeholt Das ist für Birdie Nimm das Birdie Oh fuck Oh fuck Ist das ein 18 Loch Gerade Ding Nummer 12 Nummer 12 Noch weiter Nach links Haschku Bisschen Ne Kleinen Moment Da muss ich In die Scout Da ist es Aha Nein So Also alles geht nach rechts rüber Okay Das tut so weh Das tut so weh Obwohl das ist ja alles nur eine reine Gefühlssache Man kann das ja Gar nicht so gut umsetzen Also das ist Es ist Eher Erfahrung Wie oft man das Spiel gespielt hat Dann kann man das auch mal mitbringen Aber Hier muss ich ganz ehrlich sagen Also es Es kommt ein sehr sehr gutes Feeling Ich hab's wahrscheinlich schon im ersten Video gesagt Ein unglaublich gutes Feeling Kommt hier rüber Die Art und Weise wie man schlägt Und Die Zeit Wie man nach hinten ziehen muss Um abzuschlagen Das fühlt sich genauso an Also ich hab's auch glaube ich im ersten Video gesagt Dass ich Sehr sehr gerne mal Einfach so zum Spaß Ein paar Bälle in Waldknalle Hier bei mir Und Es Es fühlt sich wirklich Gut an Also diese Die Zeit die es braucht Nur hier beim Putten bin ich Mega Kacke Nice Geiler Typ ich Na ja Die Map muss ich mir nicht immer angucken Auch wenn die Fahrten Oh stopp Der Wind Der Wind drückt natürlich stark runter Gerade hier in der Wüste Ist ein ganz starker Wind Was ich soll nach da spielen Aber warum denn nicht Nach Sollte doch eigentlich passen Klar passt das Kann er Gucken wir mal Na Junge Warum denn nicht Wäre jetzt nicht so viel Gegenwind Dann wäre da sicher einiges klar gegangen Ist da eine Narbe genau Ja Das war zu schwach Da habe ich nicht voll aufgezogen Aber Ob das Was geworden wäre Wenigstens Power Hallo Power Okay 110 So und da habe ich doch jetzt schon wieder ein Problem 110 Meter Mach ich bei voll ausgeholt Wie soll ich das machen Soll ich nur so Oh ich glaube das war ein fantastischer Abschlag Weil ich genau Ja das war ein fantastischer Abschlag Weil ich genau so Den Punkt erwischt habe Ne Guck mal Einer geht links rüber Eigentlich ist es relativ mittig Doch noch ein Stück weiter nach links Fuck Egal Ähm Ich glaube das ist es Ich darf beim Aufladen Nicht so lange warten Ach komm 4 feet to the hole You can do this Das ist doch assi Die Aura auf 23 Also machen wir nochmal Oh das war viel zu früh Das war viel zu früh Das war mega früh Oh ich bin wenigstens am Fairway Oh das war zu früh Das ist so wie bei Mario Kart Wenn man Wenn man beim zweiten Punkt so Abholzen muss Ja der war gut Da war diese Kniebewegung mit bei Aber die Richtung hat nicht gestimmt Schade Ach komm du Pisser Das ist gar nichts Komm Das ist gar nichts Das ist gar nichts Das ist Guck mal ich hab Wisst ihr was das war Das ist Mein nicht gerade schlagen könnt Habt ihr gesehen wie dieser Strich abging Wenn nicht Spür nochmal zurück Sonst hätte ich getroffen Wo ist denn da die Flagge Ach da hinten ganz gerade Leider zeigt er mir ja nicht an 242 Meter So Ein bisschen rüber Ein bisschen rüber Und jetzt machen wir Nice Noch ein bisschen weiter Hätte ich rüber machen können Ach bitte nicht Du bescheuerter Wind Ohne Wind Wäre das optimal gekommen Das Ding Oh was mach ich Was mach ich Das ist viel zu stark Bin so doof Manchmal Ich versau mir alles Gerade wieder Das kann nicht wahr sein Ne da geht er rüber Da geht er rüber Nein Viel Noch weiter Noch weiter Aber Merkt ihr was Also das Gefühl ist langsam da Wie die Dinger Gespielt werden müssen Oh 31 Ja der ist schön gerade Man darf Man darf gar nicht so lange warten Aber das abzuschätzen Ah hier ist das Spiel Hier ist das Clubhouse Also hier mach ich jetzt einfach ein bisschen eher Ah das war zu früh Ach ja hier die Reichen Schön den Helikopterplatz Dahinter Oh Versteh das auch nicht Das war wieder zu doll Wie Mach ich nur halbe Kraft Und Danke Brenner Brrrr Ja 33 Wir sterben Jan Oder wie er hieß Hieß er Jan Ich weiß nicht wie er hieß John Ich glaub John Also Meine lieben Freunde Das macht schon Spaß Das Spiel Also für 30 Euro Definitiv überteuert Oder 23,99 Oder so Guckt mal bei den Hier Kinguinen Oder sonst wo Da kriegt ihr das Für 5 Euro Es macht schon Spaß Ich könnte jetzt auch nochmal gucken Online Wie das hier so läuft Keine Ahnung Ähm Ja Das war mein zweiteiliger Test zu The Golf Club Ich werd das sicher zwischendurch mal rausholen Wenn ich mal wieder ein bisschen runterkommen muss Ja weil Es entspannt Bis man zum Putten kommt Beziehungsweise Ah dieser Abschlag Meine Güte Das muss auch noch besser gehen Ich wünsche euch was Äh Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Alles Wichtige bitte von euch in die Kommentare Wenn es gefallen hat Ihr wisst den ganzen Scheiß Daumen hoch Daumen runter ist verboten Dafür schneiden wir Pullermänner ab Und wenn Daumen runter Dann Erklärt bitte auch warum In diesem Sinne Haut rein Und bis denne Ciao ciao